. Kein Abseits, kein Abseits, Wasmuth! Und was für eine Bude von Tabea, Wasmuth! Mit dem ersten Kontakt voll getroffen. Manjo Wilde ist dabei, Wamsa kann es auch selbst versuchen. Tor! Karl-Otter Wamsa mit einem fulminanten Treffer. Einmal geschaut, zweimal geschaut, nochmal mitgenommen. Und dann die Fackel ins Kreuzeck. Gut mal, jetzt die Chance vielleicht für Essen. Auf und davon, Wamsa. Und dann wird sie vom Ball getrennt, aber fair. Klasse Gretsche von Lilla Turani. Feldkampfsflanke. Und vielleicht aus der zweiten Reihe. Was für ein Treffer! Ike Sterner war's mit ihrem tollen Schlenzer. Super, mit links. Und da fliegt Merle Frums vergebens. Kayicchi! Und Tor! Sensationeller Auftakt für die Breisgauerinnen. Topspiele der Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga live bei Magenta Sport.